Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm, heute, beziehungsweise ich bin heute nicht alleine, heute habe ich nämlich Tobias dabei. Yeah, hi, was geht? Special Guest. Er ist nicht so special, er tut nur so. Also, wir sind heute auf Operation German Real Life. Ich bin begeistert. Ihr wollt gerade sagen, du klicke sehr begeistert. Ja, ich habe das wieder mal Passwort auf Doom. Ähm, männlich, la, und kein Dänemark, weil die scheiße sind. Sch, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum nicht? Warum können wir nicht einfach ein anderes Land oder so was? Ich meine, selbst die ganzen Türken, die auf diesen Server zum Beispiel kommen, die würden doch auch sagen, wo ist Türkei? Warum ich nix Türkei zehne? Weißt du, auch die Polen kommen drauf. Äh, wo ist Poland? automobileха Poland. Okay, ähm, ich guck mir wieder das. Okay, aufpassen. Ich komme aus der Schweiz mit 21 Jahren Rat und muss mir jetzt ein Tutorial reinziehen. Ich glaube der Kakao war doch wichtig Ich kann jetzt nicht unterbrechen Aber der Kakao wäre doch wichtig Aber weißt du was der Server Kraft bekommen hat Was die ganz anderen Server nicht Kraft bekommen haben Was denn Guck mal ganz oben Jetzt wird es verdeckt Warum Guck mal ganz oben rechts Was siehst du da Bei mir steht NoDM Zone Warum ist die Uhr weg Wenn NoDM Zone da steht Äh Quack warum ist das Datum weg Wenn die NoDM Zone da steht Was ist das Oh wir haben uns einen schönen Rot-Server ausgesucht Wie es aussieht Ja ich wollte gerade eine Animation machen Und jetzt komme ich da nicht mehr raus Da steht Sprintel-Taste zu abbrechen Geht nicht Du Mich verstört das Ich wollte gerade den Server loben Weißt du in dem Sinne Ja endlich kriegst ihr wenigstens Datum gebacken NoDM Zone Sehe ich nicht mehr Okay jetzt ist das Datum wieder da Okay wunderschön Heute ist der 14.12.2012 Ja Die haben keinen Teamspeak Die haben keinen Teamspeak Geht die Welt unter Geht die Welt unter Ja dann müssen wir uns ein Thema dafür aussuchen Okay Tobias Wie wärst du wenn wir uns An dem Tag Irgendwas machen Geht zur Aftershow Party von Chuck Norris Macht er eine Aftershow Party? Ja man erst beschützt er uns Vorm Weltuntergang Ah stimmt Ja wir haben Chuck Norris Was machen wir uns eigentlich Sorgen? Okay Die Welt geht nicht unter Weil Chuck Norris Du schreibst TTO00 Oder so Ja wenn ich 0 drücke steht da die ganze Zeit Hier ist eine NoDM Zone schießen und schlagen ist verboten Was? Ja wenn ich 0 drücke bei Numpet Ist das schlagen bei dir? Nö Aber steht da trotzdem Ich komm nicht mal aus diesen Nestling Animationen raus Äh Relog Hey Der Server ist toll Du machst ja wirklich Relog Gut Der Spieler Hakan hat den Server verlassen Ich bin Hakan Hackfleisch Und Für die ganzen Zuschauer die sich wundern sollten Die heißen beide nicht Hakan Ich bin Hakan Lan Ich hab ein Geheimnis rausgeplaudert Okay was haben die hier? Report Wichtige Orte wie Was? Ja GPS Okay die haben wenigstens ein scheiß Navi Auf dem letzten Server HD Gaming Da hatten die kein Navi Eiskalt Da warst du ne scheißegal HD Gaming? Ja Ich will nicht drüber sprechen Ich will kein Spoiler hier machen Obwohl ich nicht mal weiß welches von den beiden Videos hier zuerst rauskommt Okay komm mal mit HD Gaming Neuling Äh Datum Warte mal bleib mal stehen Bleib mal stehen Bleib mal stehen Ja ich bin Jo Okay Neuling Sinnloser Angriff verboten Ich geh mal davon aus Wenn du kein Neuling bist Darf man sinnloser Läm auf dich machen Das das Ey Junge Steht auch nichts Also Wirds der ganze Zeit zugespampt hier in der ODM Zone Warte mal Warte mal Hier ist eine ODM Zone Schießen, Schlagen, Verboten Ich schütze mich weißt du Ich schütze mich Und Hör auf zu schlagen Hör auf zu schlagen Wir müssen hier weiter fadern Wir müssen erstmal zum Arbeitsabend Weil Was? Sind wir die auch fadern? Hä bei mir sind gerade die 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 3D-Tex Apeshift Apeshift Okay Warte mal Hier Stadthalle Das ist immer so 0815 und so Entweder kriegt man da die Jobs Oder man hat eine Arbeit Obwohl Da gab es wie Die haben die Die haben die Arbeitsstelle genau wie auf GAP gemacht Richtig dreckig Warte mal um Enter Hier da kriegt man doch Personalausweis Ja ja Aber hier Aber hier gibt es keinen Pimmel Bei HD Relife gab es einen Pimmel Oh ja Das kannst du nochmal einziehen Alter Das ist Okay Ich mach die Prüfung Ich mach die Ich guck ne Wand an Ich bin ein cooler Typ Ich guck Ich hab 50.000 bekommen Guck die Wand an Und mach jetzt ne Prüfung Weil ich die Wand angucke Du hast Geld bekommen? Du guckst auch die Wand an Ja man Steht glaube ich sogar in dir drin Okay Wir sind Ähm Wir sind Zwillinge Wir sind Äh Aber Aber ich Aber hallo Aber hallo sind die Zwillinge Oh mein Gott Die Farbprüfung Ey es dauert schon wieder so lange Die Farb Oh Gott Ich hasse es Wenn Server das machen Das ist der hundertste Server Das kann ich jetzt durch Ne Ich auch nicht Wahrscheinlich werden wir beide verkacken Aber es ist egal Die Sache ist die Du Du hast eine Minute Zeit Um zwei drei Sätze durchzulesen Eine Minute Das fackt richtig schnell ab Oh Ich hasse es Wenn Server No shit No shit No shit Alter ohne Witz bei so einem Server krieg Blähung Ist so Ich Ich gehe Verstopfung Ne es sind nur 20 Sekunden Aber es sind trotzdem viel zu lange Ähm Ich krieg nicht nur Verstopfung Ich krieg Blähung Ich krieg los jemanden umzubringen Ja bis am Schwanz Okay pass auf Wir lesen Also ich weiß nicht was das hier darstellen soll Auf immer stehen wir jetzt vor einem Sofa Gucken die Wand an Und denken jetzt gerade Was soll denn machen wir hier eigentlich Das ist früher in der Schule Ab in die stille Ecke und so Aber das ist keine Ecke mehr Das ist die stille Wand Wie es aussieht Ja Passt schon Also Oh 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 Bei mir fängt es an Auf welcher Straßenseite muss man hier fahren Ja links natürlich Ist doch logisch Du mittendrauf Mann auf dem Brennstreifen noch Auf dem Gehweg Ja da haben wir es doch Auf dem Gehweg Oh richtig krass Hä bei mir geht es nicht weiter Bei mir auch nicht Oh jetzt 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 ist Ach du scheiße Okay was musst du eingeben Um jemandem den Führerschein zu zeigen Oh Gott Ähm Jo hab ich jetzt auch D oder? Oh ich hab's richtig Jo Jo D ist richtig Show Lizenz Oh mein Gott wie lange muss ich warten Um die nächste Frage zu kriegen Was ist das für ein Shit? Das war bestimmt Perso oder so Die Perso Frage Wie parkst du dein Fahrzeug richtig? Ja Auf dem Gehweg natürlich So logisch Also auf dem Gehweg war richtig Bei mir Äh 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 Das ist sowieso nicht Ich glaub auf dem Gehweg richtig war Ach Quatsch Äh oh Gott Das ist die tricky Frage Hab ich nicht durchgelesen Nicht zu schnell Nicht zu lang Dann würd ich sagen Ach nämlich einfach Bestanden ja Ach zu schnell Nicht zu lang Ich komm nicht von hier weg Also ich bin Ich bin Ich bin Ich bin unten Voll verhaftig Oh Jetzt ich kann Ja einfach zu Ich hab keiner Alter ich will nicht mehr Oh geht doch Fahre vorsichtig mit Caps Er schreibt dich an Fahre vorsichtig Weißt du so ein Typ Der gerade mit dir im Frühvon gemacht hat Der guckt dir an Mit so stechenden Augen Und sagt Fahre jetzt vorsichtig Oder ich werde deine Kabute Kabute Oma Kabutfahren Bausig Ich brauch eine tödliche Waffe Um die Stadtteil auszurauben Sie lachen mich aus Oh nein Komm mal raus Hier Hä Hä Ich verstehe die Mapping Ich verstehe diesen Mapping nicht Wollte ich mit mein Fahrrad Hast du gerade meins? Du hast meins Mann Ich bin die bisher drüben gekommen Nee der war ganz oben Ja da bin ich Zum Beispiel Ach scheißegal jetzt Ja okay Wollen wir mal gucken Das Haussystem ist wahrscheinlich genauso dreckig wie sonst Oh mein Gott tatsächlich Das sind keine Oh doch das sind 3D Texte Du musst so verdammt nah dran gehen Hm Würde ich auch nicht mehr sehen Äh Zebrastreifen Tolles Feature Hätten die aufschreiben sollen Wir haben Zebrastreifen Das haben andere Server nicht Das wir Oh mein Gott Gewesen Ähm Komm mal mit Ich weiß wo das Arbeitsamt ist Ich hab aufgepasst Ein bisschen Ausnahmsweise Ehrlich ich nicht Eigentlich war das reiner Zufall Ich hab gerade mal kurz ein Wort gelesen Ah okay So nach dem Motto Komm mit hier Ähm Ist das eigentlich ein BMX oder was ist das Ich denke schon Mir ist gerade aufgefallen Es gibt kein Tacho Zumindest kann nicht viel Fahrrad Was Das ist enttäuschend Das ist enttäuschend Fahrrad und Tacho Braucht man nicht Ja normal aber ist trotzdem enttäuschend Kaufen wir uns erstmal ein Auto Bevor wir arbeiten gehen Wenn uns wurde sowieso Geld in den Arsch geschoben Links oder Du fährst in falsche Richtung Ja guck doch auf der Map Skeptoholster gibt's Äh Autos Es ist 0815 Godfather Script Siehst du Hier der Autor Wie immer Nichts Neues Siehst du Ich kenn mich Ich kenn mich bei dieser Shit Bei dieser Shitscheiße hier aus Ach nur wie dein Koffer laufen Das hast ich mega Okay Ich mag das Ich mag lieber wenn die Jo okay das ist viel zu teuer Leck mich Kannst du knicken Das kauf ich nicht Die Fahrzeuge sind 100 pro billiger Da wette ich mit dir Mein Fahrrad ist da hinten Und ist schon wieder mein Fahrrad Man Junge Vielleicht stimmt das sogar Das können wir in den Comments Später sehen Oder in dem Video Wo fährst du lang Du sollst mir doch Du weißt doch gar nicht Wo Dings ist Was ist Oh Junge Komm doch einfach hier zum Krankenhaus Du weißt doch gar nicht Wo das Arbeitsamt ist Wo den Autoladen Hackern Komm zurück Ich geh jetzt hier in ein Auto Oh mein Gott Wo bist du Ich weiß Wo bist du Ja beim Autohaus Digga wo das auch immer ist Okay Und jetzt denke Hier aus dem östlichen Koffer Geht da rein Handcart Gibt es da jetzt Gescheite Autos Oder immer nur Shit Das sind so Rennwagen Aber Naja Rennwagen Ja so Quatsch Und so sind die auch bei Ja aber sind auch Gescheite Autos dabei Weißt du so Ja ein paar Das sind Quatsch Ach guck mal die mir jetzt können Aber mir spackt das Textor jetzt rum Ja Du bist dann nur ganz kurz da Ja ja Ich kaufe mir elegant Weil die cool sind Was kostet der 25 Noch Carlock 1000 Die habe ich natürlich nicht Trotzdem haben Kaufen Oh Motor Ja kommst du mal Steigt einfach mal ein Bei mir Wir bohrten doch sowieso nur ein Auto Okay lang Oh mein Gott Oh mein Gott Was für eine verbackte Scheiße Ich bin dreimal reingelaufen Unabsichtlich Ich habe 80 von 45 Liter Das heißt in dem Sinne Mein Auto wurde übertankt Er schwappt gerade Benzin raus Siehst du es an der Seite Da hängt sogar Das Rohrding da Von tankending noch Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Hast du denn geklaut? Hier nochmal Ich bin Hakan man Ich kann das Hallo ich bin Hakan Was ist das? Schon wieder? Weißt du du drückst Enter weißt du kommst du in den Hashtag rein, hier musst du Slash Enter schreiben Was soll ich hier machen? Slash Job Oh, sehe das nicht die kreativen geilen Jobs wieder? Ja, sehr Was machen wir denn? Oh Gott, ich hab... Deine Mutter freut sich Oh mein Gott, das ist alles ja richtig... Alter, nee Das ist... Nö, das ist scheiße, weil du kannst dich Boxer wirklich machen Du musst gegen andere quasi Boxen, das ist richtig ekelhaft Komm mit Ich komm, wir Boxen Nein, abgelehnt, ich bin Müllmann, ich darf nicht Boxen, es wurde mir in meinem Müllmann-Vertrag verboten, wenn du verstehst Hallo, ich bin Hakan, lern dich heute auf die Reste Ja, ich bin auch Hakan, ich bin Hakan Hackfleisch, was ist los? Kann ich hier tanken? Phil K Hallo, dein Auto ist voller als voll Ich will noch sehen Hier muss man sogar warten Aber der Motor ist an, weißt du, ich tag auch immer meinen Motor an Äh, Quack, ich tag auch immer, wenn mein Motor an ist, weißt du so Ja, mach ich auch Dann wird's schön rausspritzt, weißt du, ich brauch da einen Filter Ja, Mann Okay, aber Kann ich hier nicht rein, oder was? Kann ich hier McDon... Oh Gott, schon wieder Anderes Systeme! Hier haben drei Verschiedene Interior-Systeme! Alter! Das nenn ich Verzweiflung Drei Chicken Nuggets und direkt ist mein Leben voll Also ich hab, ich hab Cola gesoffen, bis ich... Muss ich ehrlich sagen Ey, da oben ist Tatum Sag doch, wenigstens das, Conny, wenn's zwar nicht immer verschwinden würde, aber das ist genau das Prinzip, weißt du Ähm, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf dem Server Ähm, ich hab genug 0815 genossen, warum ist er orange? Ich mein, vielleicht kommt der Marcel gleich zu uns so als Cheater und dann gibt's vielleicht noch ein bisschen Action Oh, das erinnert mich an Premium Real Life Da müssten wir auch mal wieder rauf, ohne Scheiß Machen wir Äh, da kriegen wir schon... Oh, dann werden wir wieder umgeteat oder sowas Dann stecken wir wieder ein Krankenhaus fest Oh, ein Witz überhaupt Ich weiß es, ich will nirgends wohin, ich hasste den Server So, so... So schnell hasst man einen Server, ohne Witz, man Das ist... Guck mal, Nigger Gang fett Ferrari Ich mein, ich hab auch immer die MS-13 mit Ferrari und Heli auch noch gesehen Alter Verwalter Okay Die Heli steht doch einfach so aufm Rasen rum Ja, ich mein, die Polizei hat damit kein Problem, ich mein, das ist ein Heli halt, ne, you know Ich schwöre, ich hasste den Server Ähm, nur noch 15 Was, was... Warte mal, Stats, Stats, komm schon Wahrscheinlich noch über Send Client Message oder so Ne, da haben die wenigstens Dings gemacht Stats sieht ganz okay aus, obwohl ich bei den Zusatzinfos echt... Manchmal die... Also, ich frag mich jetzt gerade Muss ich als User wissen, was für ein Hausschlüssel und Geschäftsschlüssel ich habe? Und in was für ein Gebäude interior ich drinne bin? Ist das echt nötig? Oh mein Gott Schutzweste, Jobmüllmann Yay Respektpunkte, Drogenbox Ach, die haben ein Safebox-System Ohne Witz, ich hasste den Server, weil er einfach so nach 15 ist Ich mag ihn nicht, ich will Selbstmord machen Wo kann man hier Selbstmord machen? Hakan, ich muss hier leider mit in den Tod schieben Ja, aber... Hakan überlebt viel Bist du sicher? Hakan hat viel Leben, Hakan überlebt viel Ich will, Hakan Hackfleisch will gar nicht mehr hier auf dem Server leben Ohne Scheiß, was für Bewertung würdest du dem Server geben? Gar keine, nicht bewertbar Ich hätte eine Bewertung, ohne Scheiß Welche? Lass ich dir echt sagen? Ja, Mann, hau mal raus Wir sind hier so ziemlich fertig Ist wieder mal 0815 Ist langweilig, ich will mir den Server gar nicht mehr angucken Die Bewertung für diesen Server, von meiner Seite aus Ist 0815 von 1 Million Da hätten wir es 0815 von 1 Million? Ja Gut Keine gute Bewertung Bei mir wird gerade gebohrt übern Dach Genauso Bzzzzzzzzz Alter, bin ich das oder hält dieses Auto extrem viel aus? Das ist übernatürlich Ach, was löscht er? Ja, ich sehe doch Zustand Ich hab hier diesen 0815-Tak who Ich sehe das Komm schon, komm schon Und Okay, das update sich ziemlich langsam Das ist ein Panzer, siehst du das? Das ist kein Elegant, das ist ein Panzer Weißt du, was noch geil wäre? Das ist Elegant Erzähl Wenn du noch DM schieben könntest Einfach so, hier rein Ja, aber das bringt's nicht Wo denn, bei wem denn? Ja, weiß ich nicht Du kannst mich erschießen Keine Wollung damit hier wieder Enter, ne, Slash-Enter Ey ohne Witz, warte, warte, warte Wai-Garn Du hast keinen Waffenschein Goddammit Ich jag mich in die Luft, ist mir egal Hast du euch Pornos? Ja, ist nur 8.5 Wortfarb Oh, 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 pass mal auf, wir haben hier Stopp, schreibt ihr mir, stopp Ey, Uramt Ja, komm mal her Was gibt's, Sir? Gibt's dir Falschpacken Falschpacken, ja und? Höchst'n Keks Okay, jetzt geht's Stress hier Mit Ohramt Ja, und? Stress-Lahn Oh, jetzt geht's Stress hier Komm mal raus hier Will er Stress schieben, oder was? Mit der Hakan, Brüder Sehe ich nicht ein Ich Hakan, Ich Parken Ich Hakan, Ich Parken Willst mich verarschen, Lan? Diggah! Der lief gleich, Alter Geht ihn jetzt mal aus dem Auto, ganz frukant Das ist echt so Kannst du ihn raushauen? Fahr, fahr, fahr Fahr los Fahr los Fahr! Geht nicht, kein mündliches Ordnungsamt Goddamit Ach, der, der sich reingebuckt hat, der fällt jetzt sowieso weg, alleine weil er Angst hat Ja, ist so, vor der Hakan Family hat man Angst Da schut das ein hässliches Spray raus und jetzt geht's los Ich bin der Boxer Der hat mich getasert, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn Mach ihn kaputt Der ist im Kampf, ist assi Ist so, ist so Niemand legt sich mit den Hakan, Brüdern an Der hat eine Schleichkeit her, schlag ihn, schlag ihn, weiter, 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 ich mach schon Weiter, 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 ich komm schon noch frei, ich bin gleich fertig hier Schlagstock Ich mach ihn trotzdem fertig, der hat einen Spray, der hat einen Spray, der hat einen Spray, der sprayt mich Spray, Noob Ach Ja, der spayt mich gleich tot, man Alter, wie lange bin ich, oh, jetzt Los, schlag ihn Ja, ich bin hier abgespeich, ich kann mich gar nicht bewegen, der haut sowieso ab jetzt Jetzt, jetzt gibt's Randale, jetzt gibt's Randale Steig ein, steig ein, steig einfach rein Hakan lässt sich das nicht bieten Fahr, Fahr, nimm es Reparier es, fahr es, reparieren, fahr es, reparieren Ja, warte, komm mal hier hin Ja, warte, komm mal andere Seite Ja, 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 Moment Ich bin hier Ich bin hier, andere Seite, hinten, hinten, hinten Okay Die Hakan Family regelt Fahr, 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 fahr Fahr, 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 fahr Fals reparieren, er ab in PNS Dat seh, dat, dat, dat Oh, Alter, ist leck bei mir Tschüss, Alter Kann ich schreien? Ja, kann ich, kann ich, ich kann, kann das Nihand legt sich mit Hakan an Das hat er wahrscheinlich nicht gelesen, aber egal Fahr in PNS rein Mach schnell Sein Tau Truck ist eh langsam des Todes Wow Wie du fährst So n Rotz Er kommt, er kommt, er kommt Schnell, nicht dass er uns jetzt das abblockt Pfff, mach ich den fällig Sechs aus, raus den da raus Lappen Das kann dann auch ein funny werden, ne? Alter, was, 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 was denkt der sich? Oh, Alter, der ist zu blöd zu fahren Oh, oh, oh Oh Mein Personal ist aus dem Übrigen fertig Ja, meiner auch Halt, sagt der Okay, halt an Halt an Jun, was ist das für ein Ordnungsamt? Alter Warte, er heilt und dann fährt er mich so kaputt Nö 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 O Was denkt der wer jetzt? Er wird die rausholen Mach, mach, mach K-Lock Alter Oho Ich kann kein K-Lock, musst du machen K-Lock Ist abgeschafft Warte, er hat mich, er hat mich Er hat mich! Er hat mich rausackt Wo ist er? Jetzt fährt er als Ulusamt lauter unserer Karre weg Fährt er die zum O Amt, das werte ich Ich renn mal da hin Nein, ich bin kein Mitglied vom O Amt Ja, hier vorne ist er Er ist hier vorbei Ich glaube, die haben kein Abschleppsystem, um ganz ehrlich zu sein Warte mal, wir brechen jetzt ein, komm mit Wir sind Harkand Family, wir müssen uns jetzt an Ohr am drechen Wie hässlich der Kerl ist, Mann Also Leute, merkt euch, Marcel 26.02 Flame Die haben es auch nicht gerade vorbildlich genommen, da so 10 vor Komm mal hier mit, komm mal hier rein, in Ordnungsamt Warum ist das offen, Mann? Warum fehlt hier eine Hälfte? Kommt er hier ran, mit dem Auto und will hier reinfahren Nur weil ich da vorstehe, kommt er nicht Ja, ist doch egal, der kann sowieso nichts abstellen, weil das Problem ist, die haben kein Abschleppsystem Das ist nur das 15 Gottfahrt, ja, das haben die wahrscheinlich nicht Wir haben uns gesehen, die sind so nervös LOL, der Ordnungsamt hat einen Seasparrow Da ist er, da ist er, da ist er Oder ein Sparrow, je nachdem Jetzt ist deine Karre weg Wenn die gleich weg ist, ne, dann hauen wir ihn kaputt Da ist er, da ist er Hau ihn kaputt Vorbeigegangen, jetzt nehm ich mir, mach mal wieder auf, Mann, mach auf Dein Auto, mach auf, mach auf, mach auf Gut, mach wieder zu Jetzt komm ich ran Ist jetzt zu Überfallen, überfallen Ordnungsamt wird gedürst Ah, jetzt ist er hässlich, Alter Bleib mal stehen Bleib mal stehen Ja, bleib mal stehen Wait, der, ey, kack nur Jetzt sprayen wir auch noch Jetzt hau ihn da runter, Mann Geht nicht Ich lege von nem Weißboot Ohrensohn Nicht so beleidigen hier in meinem Video Abschlache Was ist das für ein Noob, Mann, der hat nen Spuell Ist egal, jag ihn Der kann nicht mal Fliegen, ja, jetzt steigt der da ein Und ich Jump Ich hab doch gesagt, die haben kein Abschleppsystem Lass du dieses schnelle Laufen, ne Ich hau ihn raus Steig doch rein, warum kann ich den raushauen, machst du schon? Weil ich das schon mache, ja Dann Läuft er da rein Schlag ihn tot, schlag ihn tot Er will uns einsperren, dieser Nappel Ja, will doch Schlag ihn tot, schlag ihn tot Mach weiter Boah, jetzt macht er hier nicht, Lan Gut, guck mal Der Ohr schmerzt sich selber ein So krass sind wir Hakan So krass sind wir Hakan's Hakan Power Hakan, Mann Tja, was macht er jetzt? Hakan, gib doch Fresse, Lan Hakan, ne, die Tür stehe, du kommst denn draus? Ah, jetzt kommt der Hessingsfeuer und spiel mich kaputt Oh, kannst du mich strafen? Ne, sonst gibt's ja noch nicht Und ich spau nicht mal im Krankenhaus, sondern wieder am Spau'n Wann mich auch wundern, wenn es sowas gibt wie ein Krankenhaussystem Ja, ich bin mit Fahrrad schnell wieder weit durch Ja, wer weiß noch Bescheid Gut, ähm, diese Episode wurde noch länger als wir dachten Ähm, vor allem, weil es hier so ein Ordnungsamt-Noob gab Aber hey Hallo, lass uns doch weiter aufnehmen Ne, scheiß drauf Ich hab keinen Bock mehr mit dem Ordnungsamt-Lappen hier Ich will ihn nochmal killen Oh, er wollte wieder tasern Er tasert mich Hat er dich getroffen? Ja, hat er Der hat wahrscheinlich so einen Lappentaser, weißt du, so mit IDs auch noch Du taserst mit ID, oh my god Das ist ja ekelhaft Naja, das war's Ich, ich, ich Ne, das war ganz drücklich nicht Die haben nicht mal Abflap-System Er hat das Auto geklaut, ist er hier hingefahren und konnte nicht mehr Wunderbar, warte mal, gibt's Slash-Tau oder sowas? Jetzt auf deinem Auto Jetzt, jetzt klaut er das Auto Und fährt damit rum Ne, es gibt kein, äh, Slash-Tau-Befehl So geil Die können nicht mal abschleppen, die Ordnungsbeamten Was für ein Scheiß-Server, ohne Witz Ähm Ja, es ist ein 0815-Server ohne irgendwelche Funktionen Langweilig, keine Ahnung Ohne Zukunft Mach mal Slash-Admins, vielleicht ist ja sogar ein Admin Oh, das wär lustig Aber ich glaub's nicht Nö, ist er nicht Nö, ach, ohne Scheiß Dieser 0815-Server, hätten die da die Admin Wäre das ein Admin, hätte er uns längst irgendwie gekickt oder sowas Ich mein, die abusen ja übelst Gut, ähm Ich wollte nur sagen, die Harkars verabschieden sich dementsprechend Und bis zum nächsten Mal Dann haut mal rein, Leute Ciao Tschüss Ich bin grad in der Ohren, welches Moment Voller Kackler, aber der findet beim Auto weg Der fällt gegen alles gegen, was bekommt Alter, lecker Oh, mach's der hinter mir Egal, auf jeden Fall, das war's Und ich sag mal Tschüss Und ich sag mal